Die dritte Welle ist auf keinen Fall verhinderbar. Es ist nur die Frage, wie groß sie sein wird. Je größer die dritte Welle ist, desto mehr Menschen werden sterben in der dritten Welle. Das wird insbesondere die Altersgruppe der 50- bis 80-Jährigen treffen, weil diese Altersgruppe ist noch zu jung für die Impfung. Da sind wenige geimpft. Sie ist aber zu alt für einen leichten Verlauf. Und daher ist diese Gruppe besonders betroffen und die müssen wir jetzt schützen, so gut wie wir können.